Ja, hallo liebe Freunde, hier ist eure Grenzebacke. Ich wollte euch nur gesagt haben, dass der Explogamer und der Krümel und ich zur Zeit keine Videos hochladen können. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Wenn wir vom Movie Maker aus die Videos hochladen wollen, sagt er uns beim Anmelden immer, benutze ein Name oder Kenwort ist falsch. Ja, keine Ahnung warum. Wieso, weshalb. Dieses Video ist jetzt komplett von YouTube selber, also von YouTube aufgenommen. Und ich hoffe mal, dass das klappt, damit ihr auch mal Bescheid, ja nicht, es klappt. Bescheid wisst, warum, wieso, weshalb, weil natürlich kein Video gekommen ist. Der Explogamer wollte Minecraft hochladen, da haben wir nämlich auch weiter gemacht. Ich wollte mit NHL weitermachen, hochladen und mit Company of Heroes, wollte ich alles machen. Oder wollten wir ja gesagt machen. Und der Krümel, der wollte auch, glaube ich, so wie ich weiß, weitere Videos vom Warframe hochladen. Keine Ahnung. Jetzt habe ich es gerade nochmal versucht, mich anzuwenden bei Movie Maker, aber immer noch sagt er mir, benutze ein Name oder Kenwort verhält. Ich hoffe mal, dass es irgendwie, irgendwann nochmal klappt. Spätestens morgen hoffe ich mal. Und in diesem Zeitraum wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und ihr hört es ja bestimmt, hier ist es ganz schön windig, aber angenehm warm eigentlich, ja. So, ja im Hintergrund seht ihr meine Arbeit übrigens, das ist der Empfang. Mehr braucht ihr davon auch echt nicht zu sehen, weil ich darf es eigentlich gar nicht zeigen. Es könnte Ärger geben. Oh ja. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Macht was draus und ich hoffe mal, bis die Tage. Haltet die Ohren steif. Bis dann. Tschüss.